Studieren, so geht's! Horrormeldung zu Semesterbeginn in vielen Hochschulstätten. Der Wohnraum ist knapp. Wer glaubt mit der Bewerbung, um einen Studienplatz das Schlimmste hinter sich zu haben, der hat sich da vermutlich geirrt. Preiswerter Wohnraum ist knapp und Studentenwohnheime haben oft lange Wartelisten. Aber was könnt ihr tun, um ein Dach über den Kopf zu bekommen? Dieser Frage wollen wir in diesem Film nachgehen. Für eine erfolgreiche Wohnungssuche haben wir folgende Tipps für euch. Das Wichtigste vorab, wenn ihr nicht irgendwo auf der Couch oder im Hotel schlafen wollt, zählt hier, so früh wie möglich anfangen zu suchen oder zu informieren. Denn der frühe Vogel fängt den Wurm. Erstens. Zettel in der Hochschule aushängen. Das gute alte schwarze Brett, sozusagen analog, hat noch nicht ausgedient. Hier könnt ihr in der Mensa oder im Institut einen Zettel aushängen. Zweitens. Einen Wohnheimplatz ergattern. Das Studentenwerk verfügt über eigene Wohnanlagen an Hochschulorten. Über studentenwerk.de könnt ihr das Studentenwerk eures Hochschulortes finden. Die meisten Wohnanlagen haben eigene Internetauftritte. Oft kann man sich hier online um einen Wohnheimplatz bewerben. Drittens. Inserate bei der Zeitung. Viele Wohnungsvermieter inserieren nach wie vor in der Zeitung. Oft enthalten Mittwochs- und Samstagsausgaben Wohnungsangebote. Übrigens. Man kann hier auch selbst ein Inserat zur Wohnungssuche aufgeben. Viertens. Social Media. Oft können euch eure Freunde weiterhelfen, die bereits an einem Ort studieren. Suchen kann man in sozialen Netzwerken. Einfach den Leuten eine Nachricht schicken, mit der Bitte Hinweise auf freie Zimmer zu geben. Fünftens. Online-Portale suchen. Mittlerweile gibt es eine Reihe von Websites, über die ihr Wohnungen finden könnt. Sechstens. Der Immobilienmakler. Sicherlich die kostspieligste und eher seltene Variante, denn es fallen oft Vermittlungsgebühren in Höhe von 2-Monats-Mieten an. Daher sollte man sich das gut überlegen. Unser Tipp für eine erfolgreiche Wohnungssuche. Erzählt jedem, den ihr kennt, dass ihr auf Wohnungssuche seid und fangt frühzeitig an zu suchen. Bis zum nächsten Mal.